ich mach dich fertig 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 ich mach dich fertig monsters ach der heißt monsters ja gut ok gehen sie gibt gas kannst du durchs wir schießen nein doch gehen ich muss noch eine falle setzen geht nicht mal gut gleich den fangen wir direkt das ist ja noch einer wieso ok hast du noch nein hast du nicht keine aktionspunkte mehr hat der monsters das ist gerade schlecht warum der klappermann nicht gefangen wird sich auch nicht durch ihn durchgehen kann ich nicht komm der ist halt erst mal dahin was so bumm was habe ich gemacht alles gut keinerlei exkluspunkte mehr mal gut nächste runde mannys wussten sein wie komme ich denn ins inventar klicken zum öffnen des inventars das war einfach verbleibende kapazität keine naja hier war gerade eine gefangen dann kommen einfach mal her ich hoffe der geist kommt zu mir das erspart ein wenig arbeit da habt ihr es die macht der liebe ja die macht der liebe ihr seid so scherzkekse bei bumblebee ey was das ist noch ein geist aber wo ist unser kumpel das bett lagen gut dann die falle mal wieder mit ist ich hätte mal besser das lichter machen sollen na gut so das war es mit ihr kollega und dein kumpel einsammeln warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal da sind jetzt ja deine abgelegte falle war voll und wurde automatisch aufgehoben klicke auf das porträt deines aktiven fängers oder drücke i um sein inventar zu öffnen per drag and drop of ein handfeld kannst du die falle verwenden aber ich dachte sie wäre voll ja die ist voll nee ja doch doch ach verbleibende kapazität ich bin ja auch ein voll honk ja null genau er hat noch einen vollen ghoster auf dem kopf so zwei geister kann ich noch fangen mit dem ghoster wollen wir ihn gleich mal neu ausstatten wenn wir genügend geld haben können sie ja noch zwei aktionspunkte okay das ist natürlich jetzt doof ich kann da nicht durchgehen nächste runde so many monster aber many monsters schau mal hier rein noch mal lichtern okay wieder raus und ich hab den gleichen fehler gemacht wie letztes mal im letzten raum ich versperre die tür nächste runde nächste runde oh ein ghoul zehn energie oh many monsters ist geschwächt und kann nicht weg es ist ein hick so many monsters dahin mit dir dann noch die falle setzen nanananananana weg ist blockiert dann gucken wir mal ob das hier funktioniert funktioniert wunderbar man kann gegenstände hin und her tauschen das finde ich super gut kennen sie hat auch noch ein aktionspunkt das inventar war jetzt nicht nächste runde das war fies mich einfach wegschubsen stärke geht runter wenn man geschwächt ist kann man die monsters kannst du noch hier hingehen du musst ihn jetzt an der rand ziehen das ist doch ein bisschen wie kiten nennen wir world of warcraft nein es das war 1183 pfund geile sache dass das erstmal ins krankenhaus machen wir das mal zum standard immer ins krankenhaus zu fahren auftrag besser ist das ich muss dran gut ist vielleicht eine tanke um die ecke ist nicht dass sie mich noch abschleppen müssen in drei tagen ist der lohn schon fällig auf die miete aber eine falle kann ich mir doch nur leisten ja komm dann gönnt sich ja sonst nichts ne ich kann ja auch noch ektoplasten markt kaufen na gut aber erst muss ich in die zentrale so zeit anhalten ja komm 606 66 wollte ich gerade sagen wie dämonisch nein 660 nitro 15 ektoladung nitro ist natürlich auch keine aber wir brauchen geld auch gott was ist hier los ja kommen wir nehmen alles an ist egal machen wir nächste runde pause was ist denn am nächsten dran ach so man kann nur einen auftrag zurzeit wir sind schneller sehr gut und das ist unser auftrag sehr geil erstmal die superfalle unterscheiden sich gar nicht so sehr bis natürlich auf den auf die kapazität meine ich so schaden zwei schaden drei ob ich die noch weiter verbessern kann mir nach ich folge euch gut